Tauwoga, Tauwoga! Hibitak, Hibitak! Ja, ist ja wie ein Hibitak. Ich hasse Schlösser und Schiffe. Kann doch nicht schlau werden. Ja, wahrscheinlich. Ich sag einfach nichts, nein. Ach, ja. Salme! Na, palpa! Huu, 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 helau, 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 helau. Das war immer wieder. schon lustig wieder abstürzt ja du mir auch eine stunde gespielt und passiert das immer noch so zwei drei stunden am habe ich glaube wenn ich da schon abschütze dann ist die konzentration weg nein ich bin so bescheuert bist du ein bisschen matsch im hirn das machst du auch immer wieder da so an den rand springen ach mensch hast du jetzt hast du jetzt laune du musst jetzt nicht schlechte laune haben habe ich doch gar nicht oder bist sogar müde geworden ab 1000 1000 was haben wir denn da drin irgendwas war es feuer bis hin ja ist klar wie die der schenkel immer hinterher geflogen ach ja was war denn los was war denn los gar nix ich dachte ich schaff das jetzt so schön ne nein das spiel gehört mir nichts äh wozu auch ich trauere gerade um meine dummheit das stimmt das boot bleibt da unten stecken fest solange da kann was gemacht hat ja und die dinger kommen nicht hinterher geflogen okay die haben nur eine flugbahn wie dann machen wir pause wenn ich dreimal noch gestorben bin dann ist der king over machen wir pause aber sonst ärgern wir uns nur wir haben so viel geschafft heute spiel ich schreie gleich und das möchte keiner hören ich schaffe es nicht warum warum was denn warum rülpst du hä hab ich doch gar nicht nein was wird jetzt wieder das hätte ich auch gesagt hallo kannst du mal bitte da irgendwie verstehe auch nicht diese röhre hier dieses ob da hier als ob hier irgendwas wäre bei diesen so kleine mini flammen oder so aber komisch wirst schaden okay tschüss 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 mann weißt du was ich noch habe tschüss ja weil du behindert ist genau tschüss konzentration wahrscheinlich kannst du haben ach so es gab konzentration wo so günstig aber hält doch für max nur eine stunde und dann ist sie weg wow also gibt es doch noch länger ja gut weil die beiden leben auch damit würde ich sagen ja woanders oder alles nach links gerückt damals hinten ist der pilz ja ich nehme nichts weil ich da sowieso einen pilz bekomme ja wenn du einen pilz gehabt hättest dass du da jetzt so eine feder bekommst oder so ein blatt er gesagt freu ich nicht sagst du nur guck es gibt auch diese verfolgungspanzers panzers und der wegrutschiflash jetzt hätte ich mich verloren und der wegrutschiflash gibt es auch ich hau dich gleich wegrutschiflashy ja flutschflash ich bin der flutschige flash fach fach was du da dumm dumm sein w參ng o ja w yi bin wenn playing Ehehe, äh. MAMMA MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii Haaaaahaaah! Siehst du richtig? Du musst aber durchrennen jetzt. Ohne Pistol. ich habe mich auch verklickt ich wollte auf die wolke hätte ich schön geschafft bestimmt was du weißt du musst ein level zwei machen du bist jetzt nur zu was jetzt zu voll verstehen das ist nicht verstanden warum denn der röhre nachher starten okay ja gut ausleckt ich merks ich sag's ja nur immer noch du bist so knuffig und mit OBS studio kannst du auch noch mal extra audio mit aufnehmen ja und jetzt weiß er nicht was ich nur gesagt habe komm schaffst du oder du springst wieder vorbei ausnahmsweise nicht ach ja 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 ich frag einfach gar nicht mein lieblings level das hat er an sich so keine schwierigkeiten es sind nur die beiden nervigen dinge und diese plattform nicht das geht ja ich weiß nicht warum ich das geschafft habe wo du behindert bist ich hab ihm voll standbild in der luft ich hab ihm voll standbild in der luft standbild in der luft das hattest du ja hatte ich in der luft standbild ich hatte stehende luft warte soll ich auch mal stehende luft zaubern das hört nur noch mal wieder ne ich hab mich an die google nein komm du musst das schaffen du musst denken lebt deine trauungen der wird wahr der fisch hat so einen schaden ja das ist klar das war keine ahnung deine konzentration geht weg gar nicht mehr da na wenn ich jetzt verkacke habe ich es verkackt aber nicht dann ich jetzt diese wamaschen Apps rein die ja das hey bei dem einfluss das und bei dem kurzen ding an holz löscht das nicht wir müssen jetzt gleich self in continue machen oder safe ja bitte jetzt gesehen wenn wir sagen bis zum nächsten mal bei super mario old star